Hukain sagt, dass Shisha-Rauchen gar nicht wirklich teurer wird, sondern wir nur nach Alternativen suchen müssen. Die Alternative, die Hukain selbst vorschlägt, ist der Low Load. Ein Kopf, der auf leichtem Noppenkontakt 8 Gramm verbrauchen soll und auf Abstand sogar nur 6 Gramm verbrauchen soll. Wie gut der Kopf funktioniert, ob wir wirklich sehr viel Tabak sparen oder einfach nur nach 20 Minuten keinen Rauch mehr haben, das gucken wir uns heute im Review an. Ich habe das Köpfchen schon ausführlich getestet und bringe heute mein Fazit. Seit ungefähr anderthalb Wochen habe ich den Hukain Low Load jetzt zu Hause. Für 25 Euro kann er auch zu euch nach Hause kommen. Es ist etwas weniger Material, als das beim Popo oder Plug der Fall ist, aber nur ein kleines bisschen und es ist ja auch ein deutlich kleinerer Kopf. Von daher macht das auf jeden Fall Sinn. 25 Euro sind dementsprechend mit dem Stoneware Clay von Hukain, sogar in der schwarzen Variante, also auf jeden Fall schon mal ein guter Preis. Der Popo kostet 30, der Plug 25 und der Lit Lip 2 bzw. der Lit Lip Stoneware kostet ja sogar 35 Euro. Ist also von den Köpfen von Hukain mit Stoneware einer der günstigeren Köpfe. Und dadurch, dass wir den Stoneware Clay bei dem Low Load haben, haben wir natürlich auch gewohnt perfekte Hitze-Eigenschaften. Das heißt, was das Hitzemanagement angeht, läuft das Ding bei mir wirklich butterweich. Mit zweieinhalb Kohlen anrauchen, sobald das Ding an ist, eine gekippte Kohle runternehmen, zwei Kohlen im HMD lassen und das Ding läuft fast bis zum Ende durch. Wenn es weniger wird, nochmal die gekippte Kohle wieder mit drauf oder mit rein und dann läuft das Ding bis 70, 80 Minuten wirklich easy durch. Vor allem wird der Preis aber interessant, wenn es stimmt, was Hukain sagt und wir mit dem Kopf einen Haufen Tabak sparen können. Erstmal zeige ich euch ein paar Aufnahmen von dem Kopf und da sehen wir schon, dass wir zwar ein breites, aber sehr flaches Depot haben. Das gefällt mir gut, weil ich lieber in der Tiefe des Depots spare, als in der Breite. Die Breite bestimmt nämlich, wie viel Auflagefläche wir oben vom Tabak zum HMD haben und sorgt damit dafür, dass wir eine gute Geschmacks- und Rauchentwicklung haben. Die Tiefe ist zwar auch relevant, meiner Meinung nach aber weniger als die Breite von einem Depot. Von daher für mich diese Entscheidung, ein flaches, aber trotzdem breites Depot zu bauen, die perfekte Entscheidung. Als nächstes habe ich mal verschiedene Kopfbaumethoden mit verschiedenen Tabaksorten probiert und die zeige ich euch jetzt als nächstes. Als erstes wiegen wir mal das Köpfchen an sich, also ohne, dass wir irgendwas gebaut haben. Und da sehen wir, der wiegt 250,7 Gramm. So, nachdem die Waage nochmal genullt ist, werden wir jetzt zwei verschiedene Köpfe bauen. Wir werden ihn einmal mit einem Hukain bauen und wir werden ihn einmal mit einem Must-Have bauen. Und dann sollten wir ein relativ sparsames Köpfchen haben, weil der Hukain ist relativ trocken. Der ist nicht zu trocken, aber der ist relativ trocken. Was bedeutet, dass wir mehr Tabak für unser Geld kriegen, weil weniger überschüssige Molasse mit in der Packung ist. Das ist also fürs sparsame Rauchen ziemlich angenehm. Und deswegen sollte die Kombination aus dem Low-Load und dem Hukain-Tabak hier eben sehr, sehr gut sein. Ich werde übrigens alle Köpfe so bauen, wie ich die eben normal auch rauche. Das heißt Vollkontakt. Vollkontakt ist natürlich die am wenigsten sparsamende Methode zu rauchen. Aber für mich eben die einzige, wie ich wirklich rauchen will, wenn ich mit einem Pfanne rauche. Bei Mehrloch ist das dann wieder ein anderes Thema. Und ich mache jetzt nicht irgendwie besonders einen noch sparsam oder so. Ich mache das natürlich schön fluffig jetzt, aber ich gehe nicht irgendwie her und versuche da jedes einzelne Gramm rauszuholen. Ich baue einfach einen ganz normalen Kopf. Und dazu nehme ich mir eben locker fluffig ein bisschen Tabak auf die Gabel und packe das Ganze dann ins Köpfchen rüber. Das sollte jetzt auf jeden Fall schon ein gutes Vollkontakt sein. Und dann haben wir jetzt 12 Gramm Tabak im Köpfchen. Wir verteilen das Ganze einmal und gucken, ob das auch so hinkommt. 12 Gramm wäre jetzt natürlich 4 Gramm über dem, was Hukain sagt. Damit habe ich aber gerechnet. Ich weiß, dass ich da meistens ein bisschen extremer bin als der Durchschnitt, was die Menge an Tabak pro Kopf angeht. Aber es ist eben auch mein Review von dem Hukain-Low-Load. Und wenn ihr wisst, dass ihr jetzt meistens nicht mit so viel Kontakt raucht wie ich, dann wird der bei euch wahrscheinlich noch ein bisschen weniger verbrauchen. Und wenn ihr mit mehr Kontakt raucht als ich, dann wisst ihr, dass der wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr bei euch verbrauchen wird. Wenn wir das Ganze jetzt noch mit einem Kimatra oder sowas, also einem Loyal-Tabak gebaut hätten, dann haben wir da wahrscheinlich auch noch mal ein paar Gramm rausgeholt. Einfach, weil der deutlich grober ist. Und je gröber der Tabak, umso mehr Platz haben wir zwischen den einzelnen Tabakflocken. Umso mehr Luft haben wir im Kopf, umso weniger Tabak haben wir im Kopf, umso weniger Gewicht haben wir im Kopf. Und so würde ich das Ganze bauen. Wir machen jetzt nochmal den Rand sauber, damit wir nicht die Molasse auf dem Rand mitwiegen, sondern wirklich nur den Tabak im Köpfchen. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich unser Ergebnis nochmal verändert. Aber das sollte nicht so viel sein. Doch tatsächlich sind wir noch bei 11,8 Gramm. Aber wenn man die 0,2 Mal aufrundet, hätten wir jetzt mit 12 Gramm einen hervorragenden Kopf, der auch definitiv einen Vollkontakt hat. Also wenn ich den euch mal, da hat sich sogar noch eine Flocke unten versteckt. 11,7 Gramm. Wenn ich euch das mal so rumzeige, dann seht ihr, dass das auf jeden Fall schon gut voll ist. Und eine wichtige Info noch. Wenn wir unter 12,5 Gramm sind, heißt das natürlich, dass wir zweimal mit einer 25-Gramm-Packung rauchen können. Das heißt, wer vorher eine 25-Gramm-Packung verballert hat oder nahezu eine 25-Gramm-Packung verballert hat, der würde mit dem Hukain Low Load doppelt so effizient rauchen. Also das wäre auf jeden Fall schon mal sehr nice. So, nachdem wir unser Köpfchen mit dem Hukain-Tabak gebaut haben, werden wir jetzt noch einmal mit Must-Have bauen. Wie gesagt, Must-Have besonders feucht, besonders fein geschnitten. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass da eben nochmal, weiß ich nicht, ein, vielleicht sogar zwei Gramm reingehen. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel Unterschied das auf das doch sehr kleine und sehr flache Depot wirklich ist. Aber die wichtige Aussage ist, je feiner und je feuchter der Tabak ist, umso mehr muss natürlich in das Köpfchen rein. Tendenziell kann man dann aber auch nochmal ein paar Minuten rausholen. So, die letzte Gabel und wir haben 14,2 Gramm. Und da seht ihr schon, was das für ein riesiger Unterschied ist zu den 11,7 Gramm, die wir vorher hatten. Ich verteile das Ganze nochmal, damit wir sehen, ob das auch wirklich vergleichbar ist, was ich hier gebaut habe. Und so sehr man sich auch Mühe gibt, mit dem Must-Have fluffig zu bauen, es funktioniert eben nur bis zu einem gewissen Grad. Das Ganze ist verteilt, so würde ich das lassen. Wir gehen auch nochmal über den Rand. Faire Bedingungen für alle, die wir hier ausprobieren. Und dann ist die finale Tabakmenge, die wir im Köpfchen haben, 14,1 Gramm. Also ihr seht, mit einem so feuchten, so feinen Tabak muss dann doch nochmal ein bisschen mehr rein. Aber again, das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Vollkontakt-Setup. Aber das ist einfach, wie ich den Kopf eben rauchen würde. Man kann den auch noch sparsamer bauen, wenn man auf ein wenig Kontakt verzichten kann. So, lasst uns nochmal versuchen, mit einem relativ groben, aber trockenen Tabak das Ganze auf die Spitze zu treiben. Wir bauen jetzt mal ein leichtes Noppen-Kontakt-Setup und gucken mal, wie sparsam der Lowload sein kann. Dazu nehme ich hier den Anmach von Loyal und versuche jetzt wirklich maximal fluffig hier den Tabak reinzulegen. Das heißt, ganz locker auf die Gabel, ganz locker ins Köpfchen. Danach müssen wir natürlich noch ein bisschen verteilen. Aber wir versuchen jetzt wirklich mal, das sparsamste Köpfchen zu bauen, das sich trotzdem noch rauchen würde. Also ganz wichtig, klar, du kannst auch drei Flocken Tabak reinlegen und sagen, wir brauchen noch ein Gramm. Aber ich versuche mal, das sparsamste Köpfchen zu bauen, was ich persönlich trotzdem so noch rauchen würde. Da fehlt noch ein kleines bisschen und ich glaube, hier drüben muss auch noch ein kleines bisschen hin. Ja, mit der Tabakmenge sollte ich eigentlich voll Kontakt mit dem Onmo rauchen können. Und dann haben wir drinnen an Tabak 10,2 Gramm. Gucken wir mal, was durchgefallen ist. Also ich versuche das möglichst fluffig zu lassen, hier den Tabak auch mit reinzuholen. Das sieht dann natürlich nicht so super schön am Ende aus, aber es muss ja auch nicht unbedingt schön aussehen. Das muss vor allem funktionieren. Da hätte ich sogar vielleicht noch die ein oder andere Tabakflocke hier hinten sparen können. Aber ich sage mal so, wenn man es drauf anlegt, dann kann man den Low Load sogar in einem Vollkontakt. Das wird sich natürlich ein kleines bisschen komprimieren, wenn dir der HMD drauf liegt. Aber wir hätten auf jeden Fall ein Setup, was wir hier mit Kontakt rauchen können, mit 10 Gramm Tabak. Und dann würdest du aus zwei 25 Gramm Packungen, sprich 50 Gramm Tabak, halt 5 Köpfe rauskriegen. Und wenn man jetzt mal von teuren Preisen ausgeht und sagt, dass 25 Gramm 5 Euro kosten, wir hätten 10 Euro für die 50 Gramm, hätten aus den 50 Gramm 5 Köpfe und dann wären wir nur bei 2 Euro pro Kopf. So, nachdem ich den Rand sauber gemacht habe, haben wir jetzt exakt 10 Gramm drin. Und wenn ich hier mal ein HMD drauf lege, dann haben wir auf jeden Fall einen Vollkontakt. Also es ist möglich, den Low Load, wenn man versucht, wirklich schön sparsam zu bauen, mit 10 Gramm zu bauen. Und das ist schon wirklich krass. So, ich baue mir jetzt noch einen Mix und dann rauchen wir endlich, würde ich sagen. So, den Kopfbau habt ihr gesehen. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Versionen getestet. Einmal nur mit Huka-In-Tabak, einmal nur mit Loyal-Tabak, der ist besonders grob, heißt nochmal sparsamer tendenziell, als das ein feinerer Tabak ist. Und dann noch das Extrembeispiel, der feinste, feuchteste Tabak, den ich kenne, ein Must-Have. Und wir sehen, dass ich mit meinem Kopfbau zwar nicht ganz an die Angaben von Huka-In rankomme, ich habe aber auch kein leichtes Noppenkontakt gebaut, sondern Vollkontakt, so wie ich eben gerne rauche. Solltet ihr mit weniger Kontakt rauchen, könnt ihr also auch nochmal mehr Tabak sparen. Und ich glaube, mit einem leichten Noppenkontakt sind die angegebenen 8 Gramm von Huka-In tatsächlich möglich. Das war bei anderen Köpfen anders. Bei so einem Popo oder so konnte ich oft nicht zustimmen, was die Tabakmenge angeht. Aber bei dem Kopf, wo ich am meisten gedacht hätte, dass da übertrieben wird, stimmt es. Jetzt bleibt natürlich eine wichtige Frage. Natürlich passt weniger Tabak rein. Aber ihr müsst euch den Tabak in eurem Kopf vorstellen wie ein Lagerfeuer, das ihr baut. Umso mehr Holz ihr da hinlegt, umso länger wird das Lagerfeuer brennen. Und wenn du weniger Holz hinlegst, dann kannst du natürlich auch davon ausgehen, dass das Lagerfeuer weniger lang an ist. Natürlich brennt das auch intensiver und so, alles klar. Aber ihr versteht es. Je mehr Masse, also je mehr Tabak wir in unseren Kopf packen oder je mehr Holz du auf ein Lagerfeuer packen würdest, umso länger geht das Ganze. Allerdings gibt es tatsächlich einen wichtigen Punkt und das ist die Effizienz. Ich glaube, jeder kennt das Problem, man baut sich einen Kopf, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, einen Oblaco M oder so. Da gehen gut und gerne zwischen 21, 23 Gramm rein, je nachdem wie man baut. Aber so wie ich den baue, habe ich so Pi mal Daumen 22 Gramm im Oblaco M. Wenn man jetzt einen Satz Kohle, also anderthalb Stunden raucht, dann hat man beim Oblaco M oder vergleichbar große Köpfe oft das Problem, dass man danach den Kopf sauber macht und man sieht, unten ist irgendwie ein Drittel vom Tabak noch gar nicht richtig durch. Das ist natürlich ein Problem, vor allem jetzt, wo Tabak teurer geworden ist, wollen wir natürlich das Maximum aus unserem Tabak rausholen, damit wir am wenigsten Geld verschwenden. Und genau da will der Hukain Low Load eben helfen. Wo wir also beim Oblaco ein bisschen Tabak überhaben, verspricht Hukain mit dem Low Load, dass wir auch alles an Tabak verbrauchen, was wir wirklich in unser Köpfchen packen. Und das hat in meinen Tests auch sehr gut funktioniert. Allerdings ist es eben so, dass wir jetzt nicht mehr die anderthalb Stunden, die einen Satz Kohle raucht, 100% Geschmack und 100% Rauch haben. Dafür haben wir aber eine extrem hohe Effizienz. Und ich finde, in den aktuellen Tabakpreisen-Zeiten ist Effizienz deutlich wichtiger geworden und für mich sogar der wichtigere Stat. Jetzt ist allerdings die Frage, wie schlimm ist das Ganze denn? Also wenn man dann ab einer halben Stunde wirklich kaum noch Geschmack hätte und kaum noch Rauch hätte, aber super, man hat den ganzen Tabak verbraucht, dann wäre das auch nichts wert. Und da muss ich sagen, so wie ich den Hukain Low Load baue, funktioniert das sehr nice. Also ich habe bis zu der 1-Stunde-Marke immer guten Rauch und immer guten Geschmack. Ab dann merkt man schon deutlich, dass es langsam abflacht. Es ist aber nicht so schlimm, dass ich mir dann bei 60 Minuten schon denke, nee, jetzt muss auf jeden Fall der neuer Kopf her. Aber selbst wenn es so wäre, ist mit dem bisschen Tabak, was in den Low Load geht, für 60 Minuten die Effizienz schon viel, viel höher als zum Beispiel bei einem Oblaco M. Die Gesamtrauchdauer bei mir für den Low Load würde ich mit ungefähr 70 bis 80 Minuten angeben. Mein Schnitt liegt wahrscheinlich so ungefähr bei 75 Minuten. Und 75 Minuten mit der Tabakmenge rauchen, das wirkt sehr, sehr nice. Plus ich bin froh, dass er nur 25 Euro kostet. 25 Euro für den Kopf ist nicht wenig Geld, ist aber im Moment eigentlich fast so der Schnitt für Köpfe. Plus wir haben hier echt ein geiles Material und meiner Meinung nach eine coole Optik. Es sollen auch noch weitere Colorways rauskommen, aber ich finde auch den ersten und einzigen, den es bis jetzt gibt, den Black Wave, den ich eben auch hier habe, auch schon sehr, sehr schön. Es ist also so ein kleines bisschen eine Glaubenfrage. Wollt ihr eine sehr hohe Effizienz und das Maximum aus eurem Tabak rausholen, vor allem jetzt, wo der Tabak halt teurer geworden ist und nur noch in 25 Gramm Packung verfügbar ist, dann ist der Low Load absolut hervorragend. Wollt ihr 100% Geschmack und Rauch, solange wie euch Einsatzkohle hält, dann werdet ihr vielleicht nicht 100% mit dem Low Load happy, dann braucht ihr mehr als, sagen wir mal, 10 bis 14 Gramm in einem Depot. Dann müssen es wahrscheinlich eher 17, 18 oder gar 20 sein. Mein abschließendes Fazit zum Low Load. Ich bin überrascht, dass Hukain wirklich die Tabakmenge angibt, die der Kopf verbraucht. 8 Gramm mit einem leichten Noppenkontakt, easy drinne. Für mich sind es eher so zwischen 10 und 12 Gramm in den meisten Fällen. In den Extrembeispielen mit viel Must-Have sind es 14 Gramm. Aber das auf 75 Minuten Rauchdauer umgerechnet, sehr, sehr nice. Die ersten von euch haben ja auch schon das Köpfchen. Schreibt mir gerne mal, wie viel Tabak ihr reinbaut und wie lange ihr damit geraucht habt. Ich bin gespannt, was ihr zum Kopf sagt. Kurz fürs Zugucken, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, für mehr Shisha-Tipps. So dumm sieht das übrigens immer aus, wenn ich hier den Rauch wegmache, damit ihr ein scharfes Bild habt.